Der imposante Hugo Boss ist einer unserer schönsten Altbollen. Er stammt aus einer exterieur starken und langlebigen österreichischen Kuhfamilie. Unter den nachkommen geprüften Hudea-Söhnen hat sich Hugo Boss als einer der leistungsstärksten und ausgeglichensten herauskristallisiert. Seine grandiose Fundamentvererbung sowie die hohe Milchleistung und gute Merkbarkeit seiner Töchter zeichnen ihn besonders aus. Hugo Boss wurde bereits als genomischer Jungfererber stärker eingesetzt und ist auch als nachkommen geprüfter Besamungspulle weiterhin sehr beliebt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020